Bevor das Video losgeht, einmal ganz kurz die Info, was hier heute passieren wird. Wir spielen für euch den Fortnite-Albtraum-Modus im Team, also den Halloween-Special-Modus mit den Höhlen aus Save the World, mit dem Crossover jetzt im Battle Royale, wo man ein bisschen Zombies töten kann, dafür Loot bekommt und so weiter und so fort. Also das Halloween-Special, also den, den sowieso jeder von euch gerade zockt. Und aufgrund der Gleitermechanik, also dass man den Fallschirm jetzt eigentlich immer öffnen kann, wenn man mehr als 10 Meter hoch ist oder Fallschaden bekommen würde, dass man den öffnen kann, haben wir das so ein bisschen benutzt, um Action zu machen. Die erste Hälfte des Videos ist so ein bisschen Looten, Standardspielen und dann ist uns aufgefallen, wir sind unglaublich mobil und wir sind richtig reingegangen. Wir haben richtig auf die Kacke gehauen, wir haben, ihr müsst es sehen, ihr müsst es diesmal wirklich sehen. Schaut euch die Folge an, lasst wirklich gerne ein Like, wenn euch die Folge gefallen hat, weil die ist so actionreich, so eine Folge gab es bei mir erstmal noch nicht. Und jetzt aber erstmal, viel Spaß mit der Show, schaut gerne bei den anderen vorbei und schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr die Folge gesehen habt. Herzlich Willkommen Leute zu einem Halloween-Special im Fortnite Battle Royale mit Capuzi, McFly und Alex. Hallo. Hallo. Wir spielen den gruseligen, super gruseligen, spooky, scary Zombie-Modus. Das ist echt unherrlich, der Modus. Ja, im Battle Royale mit neuem Revolver, neuer Armbrust, halben neuen Grenade-Launcher und ohne Inseln. Ja, drei Inseln gibt es jetzt. Ja. Ja. Das Haus steht sogar noch, lol, das habe ich gar nicht gesehen, das Haus ist ganz gris. Ich war im Playground oben und habe es gesehen. Es sind sogar noch Kissen und so drehen auch. Das ist ein bisschen abgekattet. Das schöne Haus. Das Ding ist halt, was mich, was ist nachher, was bin mir, ist einfach, ich sag mal, ich sag mal, da ist ein Lama auf dem Baum. Stimmt, oben auf dem Baum. Das ist eck, Läder, ein Affe, äh. Das kommt da so rot aus. Du hast ja noch nie gesehen. Das kann anscheinend wirklich überall das, wo man stehen kann. Ja, wer es neu geregelt. Ich will, es wurden schon echt viele Lamas mal übersehen. Klappt nicht. Was passiert, wenn man jetzt, äh, den Baum zerstört? Geht das Ding auch kaputt? Weiß ich. Es könnte auch weiter in der Luft stehen bleiben. Ich glaube, ich glaube, es ist ein Loot. Ja, ja. Einige Kisten verschwinden ja, einige Kisten bleiben ja auch in der Luft hängen, ne? So, Loot-mäßig, würde ich sagen, semi-gutter, ein bisschen. Äh, nicht so much. Und da ist ein Zombie-Spawn, den habe ich doch gesehen. Wer schießt damit? Ich habe einen Zombie-Spawn angeschossen. Ah, du bist der. Rattern wir das Ding mal weg. Dum, 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 dum. Der Minigant, das ist mega geil. Dann sind die aber da. Aber es gibt, also die Zombies sind da, egal? Es ist nicht optional. Wir haben die jetzt nicht, oder haben wir die Uhr hier doch? Nee, nee, das, also die sind da. Das ist der Hauptspielmodus. Also, du musst momentan den hier spielen. Okay. Wenn das die Frage war. Ja, das war die Frage. Aber krass. Oh. Alex, wie findest du das? Sag, du als Profi. Ja, völlig mehr. Das ist wahr. Also, ich habe noch einen Jack-Jack. Ich habe noch zwei kleine Schilddränge, einen großen. Also, falls jemand ein bisschen drauf. Ich brauche einen kleinen Schild. Ich brauche einen kleinen Schild. Ich brauche einen kleinen Schild. Dann nehme ich deinen Lalu. Was? Der ist klein, aber hier groß. Er hat ja alles. Ich brauche einen, ich brauche einen kleinen Schild. Da baut es nicht mehr hoch, um runterzuhüpfen. Also, wirst du doch Slurp? Das ist eine Schilddrücke, ne? Äh, 75. Wow, wieso ist das für ein Schuss? Ich glaube, ich habe es sogar geheatet. Ja. Die fallen. Naja, die springen halt danach weiter. Fallen. Keiner eher. Das war sehr erotisch. Das bringt eigentlich gar nichts rauszuschießen. Nein, leider nicht. Achso, der hat den Schilddrang mitgenommen, Kapuze? Äh, ich habe den Dalu so mitgenommen, aber den habe ich nicht gesehen. Ja, da liegt noch einer von Maxi. Guck mal, wenn man da hinten kussiert, dann sind wir so lieben. Ah, ja gut, dann Maxl. Achso, ich glaube, da hinten. Wenn es wirklich jeden holt, ist es so lieb, Maxi. Oh, ich habe ihn gleich gesehen, deswegen. Du bist so ein süßer Kerl. Ich habe dir jetzt nicht gedacht, dass du das noch so lieben bist. Hier ist der Battle Bus übrigens abgestürzt, falls du die Stelle noch nicht kannst. Ich habe ihn nicht gesehen, ich wusste aber, dass es den gibt, aber wo? Hier bei uns. Da hinten, das ist da, wo der rausguckt, der Cowboy im Intro. Jaaa! Scheiße. Und was ist der Watt auch? Ich denke, der warnt schon welche, weil die genau darüber gebaut haben. Äh, im Intro ist es auch die Richtung, wo es daher kommt. Ah, der Kiste ist hier drauf. Die haben ihn nicht aufgemacht. Interessant. Der Revolver auch unzuland. Der muss abgebaut werden, Verstrottung ist an. Oh, ich wollte ihn mir zumindest mal anschauen. Der hat nur zwei Schläge ausgehalten. Aber genau so aus wie der andere Battle Bus, wo es zuerst da schon liegt. Okay, okay. Du bist halt jetzt mit dem anderen Outfit. Also mit den Melovinen. Fehler, Fehler. Genau, genau. Bis in die Unendlichkeit. Bereit? Nee, wir sind noch echt... Irgendwer schießt auf unser Ding drauf. Was? Irgendwer schießt drauf. Ja, ja. Wir werden wahrscheinlich nicht unterstützen. Oh, wow. Ich glaube, jetzt kann ich vielleicht... Ich wollte gerade sagen. Also... Oh, 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 oh. Werde jetzt untergegangen. Ihr könnt trotzdem... Das cancelt dann. Oh, die Fliegen zur Insel. Guck mal da. Echt? Ja. Also habt ihr das schon mal getestet. Wohin? Direkt auf der Insel oben drin. Die Westen, auf den Inseln. Stimmt, wir können ja auch hochgehen. Ja gut. Das können ja auch so boosten. Oh, der eine ist unten. Ein Buggy. Ja, das Buggy fliegt hier. Ganz oben drauf. Hier oben ist ein Fight. Ich habe gar keine Air. Fuck, ich bin... Ich bin in die Preise gelandet. Der ist richtig low. Ja. Muss die... Also wer denn da? Vielleicht mal hier, mein Freund. Oh, da fällt ein P90. Ja. Hast du auch gerade gesehen. No. Okay, ich brauche immer noch nachher. Unten an den Fabriken, glaube ich, war das. Irgendwas fliegt hier. Ich gehe mal runter. Zu den Fabriken. Scheiße, wo war der schon? Hier unten im Wasser. Genau vor mir. Ach, ich habe immer noch keiner Air. Leute, ich habe die Krippe. Was ist denn gerade? Da ist noch einer gewesen. Kommt links um den Stein rum. Die sind hier oben. Die bauen da. Kommt ein Stein, ja. Ich habe einen genommen von denen. Oh, oh. Über mir? Oh, hier ist einer auf einem Stein gelandet irgendwo. Endlich nur Air. Hier müsste noch einer gelandet sein, oder? Sehr hoch. Sehr hoch, ja. Oh, hinter mir. Im Wasser. Aber ist gedowned. Oh, leu. Ist down, ja. Komm, weg machen. Wegfinishen. Wegfinishen. Will ich eine grüne Air? Ja, hallo, verzeih dem raus. Hab schon, jetzt. Alles klar. Hier läuft noch wer oben rum. Hat er aus. Oh. Der ist schön geplatzt. Wunderschön. Wunderschön. Alle herkommen. Wuhu. Weiter. Wohin? Du hast mich mitgenommen, du auch. Ja, sollte ich hier auch. Weiter zu den nächsten Gegnern. Wo sind denn die? Einfach schön den Schirm offen haben und gucken. Umgucken. Glaub der Tilted sind welche? Tilted. Tilted. Sicher welche. Da ist sehr viel gebaut, aber jetzt gerade gebaut wäre nichts mehr. Ja, die looten die gerade. Ja, da oben, da oben. Da, da oben. Ja, 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 in der Mitte. Ja, dann hatten wir noch den vor den. Ist nicht geschafft. Oh shit. Yeah. Okay, okay. Mein Schott kann Schuss ab. Weiter. Wo bauen wir jetzt lang? Gott sei Dank gibt es kein Team. Höher bauen. Hochbauen irgendwo. Wir müssen sie finden. Okay, da geht's hoch. Und ganz nach oben. Und dann weiter. Der Korn ist geladen. Wo ist die nächste Gang? Weiter will ich nicht mehr, weil ich habe mir so viel Platz. Okay, okay. Guck. Erst umgucken. Ich habe sehr viel Platz. Was sagen wir? Nach rechts. Ja, doch. Da hinten rechts. Südwest. Springen uns Südwest. Okay. Auf geht's. Oh jebo. Oder hier beim Korn. Ja, da gucken, umgucken. Hier wurde gebaut. Hier mussten wir überlebt haben. Das ist der Plan. In die Richtung auch. Vielleicht da oben sogar. Da unten ist der Luz. Hier oben, hier oben. Auf und wer? Auf und wer? Los. Angriff. Ich baue nochmal hoch. Dann können wir nochmal. Nix. 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 Angriff. Angriff. Komm ein. Komm ein. Noch ein. Nix. Wo ist der nächste Schild? Irgendwie hat der Schild? Ich werde. Achso. Ich habe einen Jack. Aber eine kleine Schilde. Nimm erstmal die kleinen. Ne, alles gut. Wir haben nicht so viel Zeit. Alles klar. Wir müssen attackieren. Wo? Einer muss hochbauen. Hochbauen, Leute. Boah, kein Beruhigungstabletten. Nein. Ach, hier ist ein Ding. Kommt her zu mir. Oh, Rift? Ja. Herkomm. Alles klar. Warte, ich muss es trinken. Wir werden nix trinken, ey. Du fasselst. Wir werden ein Gegner respawn nicht. Drei, zwei, eins, komm. Okay, mittig wieder als der nächste Klappe Norden. Norden jetzt. Nix, überfalle, weiß. Ja, direkt vor. Wo? Hier vorne, unten auf dem Berg. Hütte auf dem Berg. Hier. Norden, auf dem Berg hier. Macht euch bereit. Angriff. Und du sagst das mit dem Fallschirm ist scheiße. Ich habe nichts Geileres bis jetzt gesehen. Auf der Hütte ist auch noch einer. Ja, hier ist noch. In der Höhe, in der Höhe. Ja, okay, okay. Heilen, hochbauen. Nächster Überfall. Ich brauche langsam kurz Shieldies. Ja, war viel Shieldies. Weg Shieldies. Hat einer Shield, hat einer ein Lagerfeuer? Lagerfeuer wäre gut. Damit wir alle was davon haben. Ja, ich habe vier Lagerfeuer. Komm her, Lagerfeuer, Sception hier. Was ist das gewesen? Milli-Schilde? Leider keine, ich habe einen Chuck-Chuck. Äh, ja, keine Milli-Schilde. Okay, ne, 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 ich Kapuze. Also ich schaub hier. Okay. Okay, Gegner in der Stadt. Okay, Gegner in der Stadt. Schilden. Ach, sorry, so. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Schildet euch. Einer is down, einer is down. Okay, los. Scheiß auf den Chuck-Chuck. Los. Los. Maxi. Die Kegens, wo genau? Es ist hart. Auf der Autobierbahn. Ah ne, hinter, dahinter, dahinter. Der Kommen ist geladen. Naja, da geht's. Da unten drin. Das läuft. Ähm, 5,5,5,2,5,5,3,5,5,5,5,5,5. Feigling. Von oben. Ja, ja, oben. Ich brauch Hilfe. Okay, äh. Okay, okay, normales Battle jetzt. Ein echter Kampf. Ja, der ist doch unter uns irgendwo. Der hat zwei Hits gekriegt. Okay, 3,5. Ich hab hart kassiert. Oh Gott. Schilde, McFly. Was denn? Schilde, hätte ich wieder gebraucht. Ne, ich hab nur einen Chuck. Nehme ich den. Wow. Ich wär einfach immer noch ein Spiel. Ja, das war eh ich. Hier oben ist noch einer bei mir, ein Football-Spieler. Hat nicht mehr so viel. Ist gefallen? Ist gefallen, hat sogar falsch Schaden bekommen. Wow, was denn du? Ja, der ist unter Schild, unter Schild. Baut sich ein. Ich hab ihn. Ja, bin drin. Das ist tot, oder? Ja, Schilde. Sorry, legt das Lagerfeuer zu mir. Das reicht schon. Scheiß auf den Chuck, der dauert zu lang. Ja. Lagerfeuer. Okay, okay. Hab ich auch. Okay, okay. Wärmt euch auf, gell? Gleich hochbauen. Haben wir noch ein Portal? Haben wir ein Portal? Ich hab zwei Schilde, zwei kleine Schildblocks. Portal habe ich jetzt, aber Jumppad habe ich. Jumppad, okay. Mit Jumppad kommen wir hoch. Und dann bauen wir oben. Ich muss aber hierher ein Jumppad. Ich hab's gerade. Ich hab's. Okay, ich baue das Jumppad gleich hier. Dann gehen wir auf das Dach, wo wir gerade waren. Und von da aus dann weiter. Okay. Okay. Versucht hier vorbei zu fliegen irgendwie. Wie habt ihr mir jetzt schon. Okay, wieder hoch. Genau. Und jetzt können wir unsere Rampe wieder nehmen. Die geht nämlich in die richtige Richtung. Willen Cold haben. Alles nachladen. Schaut, dass ihr ready seid. Okay, wo sind sie jetzt? Sind da Zombies? Dann könnte ich hier. Kurz checken. Lage checken. Lage checken. Wir machen einfach ein Turm. Höher. Jeder baut sich seine eigene Ebene. Hey. Wer fällt, fliegt. Höher. Wir müssen gucken. So muss ich. Wenn ihr was seht, call and go. Ja. Die Stabilität ist kein Problem. Wenn ihr irgendwo was seht, sagt direkt Wurscht. Wir fliegen, ja? Wir fliegen dann. Es ist Wurscht, wie in Stabilität. Wo wird geschossen? Wo ist denn? Die Rampe hat da vorne kaputt gemacht. Nicht, dass da jemand hochrennt. Wer sieht Gegners? Wer sieht die Gegners? Da ist ein Zombo. Da steht ein Boss zu mir. Ja, genau. Woran stecken die sich? Die können doch nicht nichts machen. Wo seid ihr? Wir werden euch jagen. Ja, ihr habt ge... Wir werden angreifen. Da brennt ein Feuer hier. Wo? Ach nee, der meint das ist unser. Oh, Leute. Das brennt noch aus der Entfernung. Leute, das brennt echt noch. Ja, deswegen. Der Gegner hier, 145, zwei Stück. 145, Absprung. Und 95, 95. 195, da lang, ja? Teil gedöhnt. Ja, ich sehe sie, ich sehe sie. Ich habe nämlich nichts mehr zum Bauen. Geht schon. Reiß die Bruder ein. Macht das gescheit. Zombies kommen von links, darling. Wir haben Bälle gebaut, passt auf. Bauen. Wart da runter, kaputt. Oh, du musst die Tumor oben machen. Oh Gott. Oh, da ist ja noch ein Zombie hier. Ich hole ihn runter, tiefer. Ab ihn. Tot. Okay, okay. Heilen. Auf. Werden wir attackiert? Was wird angeschossen? Schildtränke wieder hier. Ey, da kommen Leute auf und zu. Okay, äh. Die sind jetzt da oben, von wo wir angegriffen haben. Ah ja, ja, ja. Okay, ja. Einen dicken Hit bekommen. Ja. Ja, schön. Finishing. Dann hat kein Schild mehr da oben. Der steht noch oben. Ist down. Und Angriff. Hoch. Husch. Leute. Ich sehe euch nicht hochbauen. Ja. Habe ich nicht hochbauen, kann ich springen. Habe den Lagerfeuer gefunden. Ich habe nichts zu bauen. Ich habe nichts zu bauen. Ich habe nichts zu bauen. Neue Gegner hinter mir. Ah, ne. Was? Das ist ein Zombie. Aber ich sehe trotzdem neue Gegner. Nordwesten. Okay, ich heile. Schausenberg, ein Einzelner, lohnt sich hinzuspringen. Das lohnt sich hinzuspringen. Es gibt keine, es gibt kein Lohnt sich nicht. Ah, jetzt habe ich mich selber eingebaut. Das lohnt sich nicht hinzuspringen. Wo? So, weiter geht's. Wie lebt der noch? Alex, boll ich schon hoch, Alter. Ich sehe es doch, dass du hier bescheidst. Wo? Alex springt. Hinterher. Das war, die kämpfen gegeneinander. Hinter. Angriff. Hallo, Call and Meadie. Nicht filmen. Das hast du gesagt. Das ist für den Wunsch. So und hier sind die 26 K. Haben wir ins Gesamte oder was? Ja, haben wir als Team. Ja, da kann man schon mal tanzen. Ey, was ist jetzt passiert? Einfach rein. Wir sind der Schrecken, nicht die Zombies, Leute. Wenn ihr euch das lassen lassen, Leute. Auf jeden Fall, wenn ihr euch anderes vorbeistellt, dann müsst ihr euch mal zu. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020